eine kombination wie aus dem bilderbuch und so krön mirko dickhaus seine ganz große leistung heute abend 4 zu 1 für den vfl aber hat sich verletzt dabei wenn alle anderen jubeln jetzt steht er erst auf und humpelt das wäre eine schwächung aber feiern wir erst mal das 4 zu 1 die klasse kombination der entscheidende pass von thomas reiß hier frei von tor mirko dickhaus der mann für defensive sonderaufgaben heute